14 Mods für The Witcher 3, die jeder kennen sollte, die jeder haben sollte. Ich mache den kompletten Mod-Striptease danach. Wisst ihr, was ich alles so habe? Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist WitcherNut. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um den Hexer 3. Also bleibt gerne hier mit einem Sub, mit dabei einem sogenannten Abonnement. Oder wie der Deutsche sagt, Abonnement. Ja, das ist mein Geralt in der wunderschönen Golden Hour. Er wird hier angestrahlt von den letzten Sonnenstrahlen des Tages in Oxenfort. Ja, auch genannt Oxenaford Sheer, wenn man in Assassin's Creed Valhalla unterwegs wäre. Und 14 Mods, die für mich so ein bisschen mehr Immersion, mehr Quality of Life. Aber vor allem, das ist mein Fokus, geilere Grafik. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche. Ihr seht es auf jeden Fall. Die Schatten, die sind auf jeden Fall besser als in der Vanilla-Version. Die Texturen sind besser. Aber ich habe auch einige kleine Nettigkeiten so für euch mit dabei. Fangen wir an mit Mod Nummer 1, die ich habe. Ich lade hier übrigens immer auf Nexus-Mods runter, zumindest in der Regel. Und meine erste Sache ist Improved Sign Effects. Die verbesserten Zeicheneffekte. Und das setzt nochmal so eine Art Nebel hier um alles und macht es ein bisschen intensiver. Einfach die Zeichen aus einer einfachen Art wird eine richtige Art Welle. Aus einem einfachen Funken-Igni wird hier so eine richtige Wucht von einem Igni. Im Spiel angewandt sieht das Ganze dann so aus. Auf jeden Fall eine recht imposante Explosion. Alle Zeichen sind so ein bisschen hübscher, haben so ein bisschen mehr Effekte, werden aber auch ein bisschen mehr berechnet werden müssen. Was natürlich der Nachteil ist, gerade hier so ein richtig krasser Eis-Nebel-Art. Das Ganze ist aber noch gemoddet durch mein Eis-Bild. Also gerne mal mein Eis-Magier-Bild auschecken von Geralt von Riva. Den habe ich hier auch hochgeladen und ihr seht es schon, wie cool das aussieht. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das Einzige, was nicht beeindruckend ist, ist Axie und, naja, Gwen. Außer in der Schutzschild-Funktion. Da ist Gwen dann doch interessant. Habe ich aber gerade nicht drin. Weiter mit Mod Nummer 2 und zwar der Super Turbo Lightning, a.k.a. Lighting Mod. Ja, das ist eben die verbesserte Lichtgebung und das ist sehr viel besser, muss ich sagen. Also das, ja, ich weiß nicht, ob es nur ein Reshade ist. Es wirkt auf jeden Fall besser. Das Licht sieht einfach stimmungsvoller aus. Teils ein bisschen düsterer, aber ihr seht es schon, wie schön die Reflexion und, ja, es ist ein sehr hoher Kontrast zwischen Dunkel und Hell. Das macht das Ganze recht lebhaft, aber auch natürlich nicht ganz unanstrengend anzusehen. Das ist vielleicht nicht für jeden was. Und, ja, warum die Bäume hier so orange sind, dazu kommen wir später noch. Denn das ist Autumn Flora Enhancement. Meine dritte Mod, die alles so ein bisschen herbstlicher macht. Und ich finde, das ist nicht immer geil, aber vor allem im Herbst oder so kann das sehr, sehr stimmungsvoll aussehen. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, wie du die Flora enhancen kannst. Das ist auf jeden Fall eine solide Version, um alles so ein bisschen orange-rot zu machen. Mir persönlich gefällt das ganz gut. Schauen wir uns das Ganze nochmal morgens an vielleicht. Dann sieht es nämlich so aus. Alles so ein bisschen herbstlicher. Ich finde, das passt zur Grundstimmung von The Witcher sehr, sehr gut. Dieser Herbst, ja, alles stirbt, alles geht irgendwie den Bach runter. Es ist ja so ein bisschen das Leitmotiv von The Witcher leider. Und wo wir schon bei besserer Optik sind, ja, The Witcher 3 HD Reworked Project. Daran kommt man nicht vorbei. Wenn man einen leistungsstarken PC hat, dann will man das Ganze haben. Ich erkläre euch übrigens später noch, wie ihr das installiert. Falls ihr wissen wollt, wie komme ich an meine Mods ran. HD Reworked Project. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Original aussah. Ha, das ist das Original. So sieht es eigentlich aus und so sieht es nach dem Update aus. Ihr seht die Holztexturen. Ihr seht das hier. Das ist schon immens. Auch hier nochmal der Hintergrund extrem verändert. Da waren schwammige Unschärfen drin. Hier sieht das Ganze ganz anders aus. Es gibt es auch nochmal für Rüstung und Gesichter. Hier die Baumstämme. Es ist ein massiver Unterschied. Wirklich. Und ich meine, mit sechs Jahren neueren Maschinen kann man bedeutend mehr machen. Hier an den Steinen fällt es besonders auf. Aber eigentlich an jeder Ecke die Rüstungen. Es sieht einfach wesentlich besser aus. Und so traut man sich dann auch eben im Jahr 2021 oder bald 2022 mal näher an so ein Haus ranzugehen und sich die Textur anzugucken. Da sieht man doch, okay, das ist nicht runterskaliert. Da hat jemand die Oberflächen aufgearbeitet. Fun Fact. Ich glaube sogar diese Mod wurde in die Next Gen Version von The Witcher 3 von den Entwicklern implementiert. Es gibt auf jeden Fall einige Mods, die eben von CD Projekt Red übernommen wurden für The Witcher 3 in der Next Gen Version. Was schon ziemlich cool ist. Also die Mod-Community ist einfach offizieller Bestandteil des Spiels geworden. An manchen Stellen zumindest. Finde ich eine Ansage. Finde ich cool. Was auch super spannend ist, sind solche Kamera-Mods. Ja, über die Konsole kommt ihr da dran. Ist ein bisschen komplizierter. Ich gebe es euch trotzdem nochmal mit. First Person Camera Reworked. Ihr könnt The Witcher 3 in First Person spielen. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Das heißt, so habt ihr The Witcher 3 noch nie gesehen. Im Spiel funktioniert das dann so. Ich drücke F1. Ja, und jetzt bin ich in der ersten Person. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich runtergucke. Aber hey, Hauptsache Gerard geht's gut. Und ich kann hier noch so machen. Auch super spannend und super praktisch. Uh, ein Schwarm Vögelchen. Kann mit ihnen fliegen. Vögeltexturen sind nicht die besten. Ist ja auch egal. Weiter mit der nächsten Mod. Beta-Icons. Und da muss ich sagen, bin ich mir gar nicht allzu sicher, ob ich die behalten will. Weil das für Videos für euch nicht so praktisch ist. Denn Beta-Icons verändert die Icons. Und einige sehen dadurch anders aus. Ja, aus blauen Fläschchen wird dann mal ein grünes gemacht. Aber es stehen Namen dran. Das ist schon ultra praktisch. Sagen wir, du suchst. Erzgreif. Bam. Steht da. Du musst nicht erst drüber mit der Maus. Sagen wir, du willst die Samum-Bombe. Ja. Siehst du sofort. Mega praktisch. Nachteil. Es steht nur in Englisch da. Ich mache deutsche Videos. Und die Farben der Cocktails hier werden manchmal verändert. Teils haben die ein ganz anderes Icon, als sie vorher hatten. Die haben einfach absolut eins zu eins identische. Obwohl sie eigentlich verschiedene hätten. Dafür steht der Name dran. Muss mal abwägen. Ist es was für euch? Beta-Icons? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann mal wieder ein All-Time-Classic. All Quest-Objectives on Map. Ja. Ohne das wüsste ich nicht mehr, wohin mit meinem Leben. Es zeigt euch einfach bequem, wie in aktuellen RPGs an, wo euer Ziel ist. Es zeigt euch an, wo sind Händler. Wo ist jenes und dieses. Super, super convenient. Super spannend. Praktisch. Alles zusammen. Ich behaupte, ohne das kann man The Witcher 3 nicht spielen. Nein, das ist natürlich eine völlige Lüge. Aber ich behaupte, mir erleichtert es das Leben unglaublich. Ich habe eine tolle Übersicht. Ich weiß, wo ist eine Quest. Ich weiß, wo ist welche Truhe, alles aus dem Steh greift. Wo muss ich hin, für was. Ja, hier eine Gwent-Quest, wenn ich Bock drauf habe. Ich gehe kurz auf der Map gucken. Alles klar, da ist sie. Erkunden hat was. Aber es besteht immer die Rechtsgefahr, dass man irgendwas verpasst. Und für die 100% Leute ist es meiner Meinung nach absolute Pflicht. Nicht absolute Pflicht ist diese Mod, denn sie ist rein Convenience. Einfach nur für bequeme Menschen wie mich. Over 9000. Eine Gewichtsmod. Sie fügt euch 9000 Taschenplätze hinzu. Das und nicht mehr. Ihr seht, ich habe hier jetzt gerade nur 389 von 9110 ausgelastet. Das ist nicht so viel. Auf meinem Hauptspeicherstand, welcher mit einer Bärenrüstung gebaut ist, habe ich bedeutend mehr Schwerter, nochmal bedeutend mehr gefarmt als hier. Großer Nachteil dieser Mod ist folgender. Ihr geht auf den Tab und ihr seht, das Ganze ist noch auf einer M2 SSD, aber es lädt erstmal. Es lädt teilweise erstmal ziemlich lange den Tab. Hier geht es wirklich noch. Aber sagen wir, du hast da 2.000, 3.000 Items, beziehungsweise Gewicht-Items drin. Dann lädt dein Inventar irgendwann ziemlich ewig. Selbiges gilt, wenn du zu einem Händler gehst und ihm viel verkaufst. Lädt das Inventar des Händlers ewig. Das ist der Nachteil der Mod. Großer Vorteil. Du gehst farmen. Gehst einfach an den Start und sagst, yo, ich hätte gern. Ich farm hier jetzt einfach für, was weiß ich, 3.000 Schwerter. Das geht dann. Geht es? 3.000 mal 2,4 geht. Cool, oder? Das ist möglich mit dieser Mod. Für mich Pflicht. Für viele ist es Cheating. Meiner Meinung nach nicht. Es macht alles nur bequemer. Denn es erledigt quasi das Zurückgehen und Verkaufen für dich, indem du es nur noch alle 100 Runs machen musst. In der Theorie. Dann kommt der nächste Fehler im System. Die Händler haben nicht genug Gold. Könnte man morden. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Ich warte, bis die wieder Gold haben. Das ist, glaube ich, nach sieben Tagen meditieren immer soweit. Also, ja, im Endeffekt reicht es, wenn ihr achtmal 23 Stunden meditiert, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Meadows. Ein Erfolisant Grass Mod. Gibt es nicht viel zu sagen. Schöne Gräser. Für mich als Allergiker ein geiles Erlebnis, weil so habe ich eben über eine Mod einfach mal das, was ich im Real Life nicht abkann, den eigenen Lebensraum. Eigentlich perfekt, wenn man gegen den eigenen Lebensraum allergisch ist, oder? Vielleicht nicht so optimal. Vielleicht sollte ich mal häufiger rausgehen. Wobei, gestern hatte ich wieder 22.000 Schritte, heute 15.000. Eigentlich kann es daran nicht liegen. Naja, wie auch immer. Ihr seht, hohe vegetative Dichte hier. Nicht nur die entsprechenden Herbstbäumchen, sondern auch hier überall eine hohe Grasdichte. Das macht es lebendiger. Das macht es schöner, etwas prächtiger, aber auch so ein bisschen ursprünglicher an manchen Stellen. Und das waren jetzt viele Adjektive, die ich euch um die Ohren schmeiße. Ich finde es einfach cool. Sieht geil aus, meiner Meinung nach. Oder sollten wir lieber Wie-Worte sagen? Grundschule war beste Zeit, oder? Pokémon habe ich damals gezockt. Meine Güte, das war nice. Aqua, und zwar nicht Bon Aqua, die Wassermod. Oh, ich hatte genau so eine Szene am Anfang eines Videos. Links Golden Auer, rechts Auerblau. Das sieht so geil aus, und irgendwie hat das im Zusammenspiel mit Super Turbo Lightning Mod einen ganz tollen Effekt. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert irgendwie. Es sieht einfach geil aus, das Wasser sieht besser aus. Holt es euch, wenn ihr Wasser mögt. Wenn ihr schon mal Wasser getrunken habt, holt euch die Aqua Mod. So, so weit würde ich gehen. Da hinten sehe ich Wasser. Rein da, Gerald, Mann! Ja, hier sehen wir es nochmal. Sieht das nicht schön aus? Und zu anderen Tageszeiten sieht es sogar noch besser aus. What a nice view. Wir haben sogar leichte Schattenbildung, seht ihr das? In den Wellen von der zur Sonne abgeneigten Seite. Total cool, oder? Total cool. Ich glaube, beim Tauchen allerdings ist es wie immer... Bin mir nicht sicher, ob es immer so ist. Man erkennt auf jeden Fall etwas. Und man kann nervige Ertrunkene abschießen. Also alles perfekt. Ich persönlich bin ein großer Fan der Aqua Mod. Und fühle mich so auch perfekt hydriert. Was mich zum Sponsor des heutigen Videos fehlt? Wasser. Habt ihr schon mal Wasser getrunken? Wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Auto Apply Oils nächste Mod. Die ist so geil, Leute. Das war für mich eine Mod, die mein Leben verändert hat. Ich hatte nämlich keinen Bock, ins Inventar zu gehen. Mein Öl drauf zu machen vor einem Kampf. Also habe ich was gemacht? Richtig. Kein Öl drauf. Weil ich eine faule Sau bin. Ich will nicht jedes Mal... I, Tränke und Bomben Tab. Öl raussuchen. Oh, welches brauche ich denn? Welches Icon war denn nochmal das Richtige? Hm, ich habe es vergessen. Keine Ahnung, weil ich kein fotografisches Gedächtnis habe. Pech gehabt. Und dann drauf gemacht. Nix da. Mit Auto Apply Oils schlägst du einmal auf einen Gegner drauf. Und die Mod macht automatisch das richtige Öl auf deine Waffe. Nachteil. Du kämpfst gegen drei verschiedene Gegner. Schlägst erst einen. Dann macht sie das richtige Öl drauf. Schlägst den nächsten. Macht sie das Öl für den nächsten drauf. Beim Schlag hat sie aber noch das falsche Öl drauf. Also die Waffe. Schlägst den nächsten unterschiedlichen Gegner. Sagen wir jetzt einen Wehrwolf. Hast vorher einen Mensch geschlagen. Dann macht der Wehrwolf Öl rauf. Und dann schlägst du wieder mit dem Wehrwolf. Aber das kommt nie vor in der Praxis. Das ist so ein Worst-Case-Szenario. In der Praxis kämpfst du ja gegen Gegnergruppen vom selben Typ. Oder gegen einen Gegner ein bisschen länger. Und dann macht es immer das richtige Öl auf deine Waffe. Und du musst nie wieder darüber nachdenken, welches Öl packe ich drauf. Das ist immerhin eine Sache weniger. Dann musst du dir nur noch über Tränke, Absude, Bomben, Zeichen und Kampftaktiken Gedanken machen. Ist so, als würdest du ein Automatik fahren. Stell dir das vor. Viele wollen kein Automatik fahren. Aber bald gibt es eh nur noch E-Autos. Also Leute. Na, vielleicht ist es eine zu steile These. In dem Bereich kenne ich mich nicht aus. Das nehme ich zurück. Aber fahrt den Automatikwagen, Gerald. Und besorgt euch Auto-Apply-Oils. Ich liebe die Mod. Absolut. Es gibt keinen geileren Service. Apropos Auto-Pilot. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich mache ja gerade meinen Führerschein. Und werde dann bald legendär fahren können. So auch mit Auto-Loot. Na, da plündert ihr keine Autos. Ihr seid ja keine Diebe. Lenkräder und so. Ja, weiß ich nicht, was man dafür kriegt. Ihr plündert automatisch Gegner, die ihr tötet. Und zwar alle Gegner, die ihr tötet. Das heißt, ihr benutzt I-Knie. Der Gegner steht aber noch 10 Meter weg. Verbrennt im letzten Tick durch euren Schaden. Ihr plündert automatisch. Super praktisch. Du vergisst es nicht mehr. Du musst nicht mehr jeden Scheiß einzeln nehmen oder alles plündern drücken. Du plünderst einfach. Problem? Taschen sofort voll. Problem Lösung? Over 9000. Habe ich euch vorhin gezeigt. Und ihr könnt euer Inventar voll spammen ohne Ende. Überhaupt kein Problem. Super geile Sache. Super nice. Super geil. Super sexy. Also es ist wirklich perfekt. Ja. Auto-Loot. Ich lieb das. Ihr merkt, wie mein Herz aufgeht bei Quality of Life Mods. Das ist genau mein Ding. Weil es mir das nimmt, wo ich weniger Bock drauf habe. Und das lässt, wo ich den meisten Spaß dran habe. Nämlich den Rest. Auto-Loot ist wirklich nice. Also holt euch das. Wer möchte? Honorable Mention. Better Call Siri. Es ist quasi Better Call Saul nur mit Siri. Kannst Siri zocken. Ja, warum nicht? Kann man machen. Benutze ich nicht. Ehrlich gesagt. Ich habe die Mod. Benutze ich aber nicht. Wollte ich euch trotzdem noch erzählen. Und dann eine Sache, die ist super praktisch für alle. Und das muss man sagen, ist wirklich schon eher in der Kategorie Cheating. Rare Items Merchant. Rare Items Merchant lässt euch einen Händler spawnen an dieser Location in Novigrad. Und bei diesem Händler kriegt ihr alle Items, die in irgendeiner Form selten sind. Ja. Ihr seht es hier. Was ist alles dabei? So gut wie alles. Und sagen wir, ihr verkackt Arandite. Kein Ding, Mann. Geht her, kauft euch Arandite. Das ist möglich. Und Arandite ist eine Waffe, die du verpassen kannst. Du kannst ja auch hier, das ist das Paddle. Habe ich letztens erst ein Video drüber gemacht. Oder die Waffe vom Hearts of Stone DLC müsste das sein. Das sieht aus wie das Toussaint Ritterstahlschwert. Ja, das ist es. Also hier gibt es so gut wie alles. Gibt es hier vielleicht sogar das Ciri-Schwert. Das wäre halt richtig krass. Cirael. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie das Icon davon aussah. Weil es genau anders aussah wie das Schwert selber. Und du dir das eigentlich nur erglitschen kannst, indem du mit Ciri das Schwert fallen lässt. Habe ich so gezeigt in meinem Video drei seltene Waffen, die du ziemlich sicher verpasst hast. Geile Sache auf jeden Fall, dass man das hier sich holen kann, wenn man möchte und das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Auch das hier in der Honorable Mention. Die anderen zwölf Mods davor, die fand ich wirklich sehr, sehr wichtig. Ciri und dieser Händler, das ist schon so ein anderes Niveau von Modding, was nicht nur Quality of Life ist, sondern schon als Cheating aufgefasst werden kann. Gerade wenn man immer Ciri spielt, da kann man natürlich die Gegner richtig krass plätten. Weil Ciri ist natürlich OP. Spaß. Tatsächlich finde ich Geralt stärker mit einem vernünftigen Build. Am Anfang fühlt sich aber Cirilla weitaus stärker an, wenn du noch nichts hast und in einem normalen Spiel bist. Ohne New Game Plus. Ich habe euch noch versprochen zu erklären, wie kriegt ihr jetzt die Mods. Es ist super easy. Ihr geht einfach in euren Ordner von The Witcher 3 auf Steam oder GOG. Sucht einfach euren Ordner raus. Gibt es einen Unterordner in The Witcher 3, der heißt Mods. Ihr ladet das Ganze von Nexus Mods runter, was ich euch eben gezeigt habe. Eben entsprechend der Seite. Dort einfach nach den Mods suchen. Und dann packt ihr das in diesen Mods Ordner. Entpackt es hier. Fertig. Bei HD Reworked, da gibt es dann halt noch eine kleine Anleitung. Erst Teil 1, dann Teil 2, dann Teil 3. Installieren. So. Ansonsten einfach entpacken in den Ordner und ihr habt es. Ende. That's how you install the Mod. Es gibt einige Mods, die haben noch im Startmenü einige Optionen. Ja, da könnt ihr dann die so ein bisschen einstellen. Das ist möglich. Und falls ihr jetzt noch nicht genug habt, dann könnt ihr gerne mal auf meiner eigenen Seite, ich blende hier trotzdem mal Werbung ein, game2see.de vorbeischauen. Und die Seite mache ich mit meinem YouTube-Netzwerk zusammen in einer sogenannten Joint Venture. Das ist nichts, was ihr denkt, ihr Schlingel. Derzeit haben wir hier auch einige Tipps zu Witcher 3, Odyssey, Valhalla, Far Cry 6, more to come. Da werden noch mehr Themen kommen. Und ja, könnt ihr hier draufklicken. Mods habe ich hier schon mal empfohlen. Fünf Stück damals. Städte, Rüstungen, allgemeine Tipps, wie ihr reich werdet in Witcher 3, Alchemie, Gwent, Guide, Speedlevel Guide, mein Inferno-Bild, der ja auch sehr beliebt war. Die besten Waffen, ja, also gerne mal auf game2see.de vorbeischauen. So sieht das Ganze aus. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch dann noch den besten Tag aller Zeiten. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, mal wieder hier. Und wünsche euch einen guten Rutsch. Vielleicht ist jetzt Weihnachten schon um, wenn das Video rauskommt. Und ich habe es euch versprochen, meine 14 Mods, beziehungsweise 12 Mods, zwei Bonus, die man noch nutzen kann, wenn man möchte. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein und wünsche euch noch schöne Witch-Nachten oder so. Demnach, bis später, euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Wisst ihr ja selber, das wäre wirklich legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao. Heute. Reiche Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Abonniert diesen Kanal für Witcher-Video. Reiche Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Reiche Gold eurem Hexer, freit aller Menschen.